Hallo, ich bin hier gerade im Kathedral George State Park und 7 Dollar bezahlt. Das sieht hier so aus. Das Wetter ist wie auf jeden Fall in Las Vegas. Das ist ein bisschen scheiße. Jetzt haben wir hier die Moon Caves. Dann geht es hier so rein, so Slot mäßig. Hier ist es wohl hoffentlich auch nicht mehr so windig. Wo geht denn das hier hin? Das ist ja geil. Alter, ist das hier schon schlammig? Ach, das ist so schlammig. Mir fällt da nichts auf die Birne. Oh, das ist aber ganz schön. Das ist aber ganz schön eng hier. Da geht es auch noch irgendwie weiter. Das werde ich gleich mal erforschen. Das ist ja ziemlich cool. Hier passe ich kaum noch durch. Das mache ich gleich mal ohne Rucksack. Ich gebe mal den Rückzug. Lass es mir hier ein bisschen... Fuck. Das ist mir ein bisschen zu eng. Deswegen klebt man den Rucksack draußen. Und quetscht mich hier durch diese engen Gassen. Das ist mein ganzes Gelugel. Ach, so. Hier war doch noch ein anderer Abendsweiger. Hä, wo war der denn? Moment. Vorbeigerannt? Vorbeigerannt? Äh, hier. Mensch, wenn wir glatt vorbeigerannt haben, das ist ja hier ein geiler Irrgarten. Das ist auch ein bisschen... Kann man das so sehen? Ja, ne. Das ist auch wieder so ein bisschen eng. Aber... Der Rucksack passt hier gerade noch so durch. Ey, das ist ja cool hier. Alter, schau dir. Und nicht schlecht. Warte mal. Warte mal. Voll bizarr. Das ist alles nur so Lehmgedöns. Hier, zeig ich das mal. Ah. Da kommt mir der ganze Scheiß schon entgegen. Guck mal, hier liegen auch diese Büsche. Die immer über die Straße rollen. Ah, hier ist eine Sackgasse. Ja, hallo. Hallo, Busch. Und die sind echt leicht, die Dinger. Die wiegen nichts. Und die rollen über die Straße. Und so rollen sie durch die Gegend. Und dann vermehren die sich sozusagen. Dann hinterlassen sie da ihre Samen unterwegs. Und dann kommen neue Büsche. Und dann geht's so weiter. Mann, ist das hier eng. Fuck. Moment. Quetsch. Quetsch. Hier nochmal Quetsch immer. Hier wirst du schon erwähnt. Cool, ne? So. Ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Ich höre jetzt auf. Ei, ei, ei. Ne, wie taus. Ja, alles ist vom Wasser so geformt. Dann ist der ganze Lehmkack hier. Und hier ist es. Wenn es regnet, läuft es hier raus. Ja. Und hier ruht die jetzt so fröhlich vor sich hin. Tschüss.